Das heutige Porträt dreht sich um eine ganz besondere Hunderasse, nämlich den Boxer. Ursprünglich aus Deutschland stammend, eroberte er bald die ganze Welt. Interessant ist, dass der Boxer aus der Bulldogge und dem sogenannten Bullenbeißer entstand. Der Bullenbeißer existiert heute nicht mehr. Dieser Hund wurde im Mittelalter genutzt, um Schaukämpfe mit Bullen zu veranstalten. Seit 1904 trägt der deutsche Boxer seinen Namen und gilt als eigenständige Hunderasse. Weitere interessante Fakten rund um den Boxer erfährst du jetzt. Vom Aussehen her ist der Boxer ein stämmiger und muskulöser Hund, der jedoch sehr schlank wirkt. Sein Fell ist kurz und glatt. Den Vierbeiner gibt es in den Farben hellgelb und dunkelkirschrot, wobei er entweder einfarbig oder gestromt ist. Auf der Brust, am Hals, den Läufen und im Gesicht hat er häufig weiße Abzeichen. Das Durchschnittsalter des Boxers liegt zwischen 10 und 12 Jahren. Laut Rassestandard sollte der Boxer zwischen 53 und 63 cm hoch sein, bei einem Gewicht von 30 bis 34 Kilo bei Rüden und 23 bis 27 Kilogramm bei Hündinnen. Man sollte immer darauf achten, den Boxer aus einer verantwortungsvollen Zucht zu kaufen, denn diese Hunde leiden häufig unter Erbkrankheiten. Dazu gehören Gelenkserkrankungen wie die Hüftgelenksdysplasie, eine genetisch bedingte Fehlbildung der Hüfte. Weiterhin sind sie anfällig für Arthrose. Diese Erkrankung beginnt meist schleichend und sorgt dafür, dass das Gelenkgewebe zerstört wird. Auch die sogenannte Spondylose kommt oft bei Boxern vor. Das ist eine degenerative Erkrankung des Skeletts und bedeutet unter anderem, dass die Wirbelsäule an Elastizität verliert. Aber auch für Tumore und Herzerkrankungen sind Boxer leider sehr anfällig. Die Pflege eines Boxers ist nicht sehr aufwendig. Das Fell sollte hier und da etwas gebürstet werden und die übliche Pfoten- und Krallenpflege versteht sich von selbst. Eine hochwertige Ernährung sollte, wie bei jeder anderen Hunderasse auch, selbstverständlich sein. Vom Charakter her gilt der Boxer als kinderlieb und freundlich. Kommt er aus einer guten Zucht, verfügt er über ein ausgeglichenes Wesen und ein starkes Nervenkostüm. Da er sehr wachsam ist, reagiert er auf fremde Menschen häufig reserviert und scheut nicht davor zurück, seine Familie zu verteidigen. In der Vergangenheit wurde der Boxer gezielt als Arbeitshund gezüchtet und wurde bei der Polizei sowie im Zoll und beim Militär gerne eingesetzt. Heute kann er diese Aufgabe aufgrund seiner Gesundheit und seinem eher nervösen Wesen nicht mehr wahrnehmen und ist so zu einem reinen Familienhund geworden. Der Boxer ist ein intelligenter Hund mit einem ausgeprägten Will-to-Please und einer hohen Lernbereitschaft. Er kann sowohl in einer Wohnung als auch in einem Haus gehalten werden. Er ist aber ein Vierbeiner, der einen großen Bewegungsdrang hat und ausreichend Auslauf braucht. Daher ist er besonders für aktive Familien, die gerne Sport betreiben, geeignet. Der Boxer liebt es mit seinem Halter zu joggen und macht auch als Fahrradbegleithund eine gute Figur. Wenn man sich einen Boxer kaufen möchte, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass er ein recht stürmischer Hund ist und eventuell in Sachen Leinenführigkeit etwas mehr Zeit braucht. Daher sollte der Besitzer sehr standfest und geduldig sein. Suchst du nach einem familienfreundlichen Begleithund, der sehr gut mit Kindern umgehen kann und über eine hohe Lernbereitschaft verfügt, ist der ursprünglich als Arbeitshund gezüchtete Boxer vielleicht genau das richtige vierbeinige Familienmitglied für dich. Wir möchten unseren Hunden ein artgerechtes und glückliches Leben bieten, trotzdem tun wir manchmal Dinge, die ihnen überhaupt nicht zusagen. Klick auf das linke Bild und erfahre in unserem Video, welche 8 dummen Fehler wir im Umgang mit unseren Hunden machen. Ist dein Hund ein richtiger Wirbelwind und springt leidenschaftlich gerne aus lauter Überschwang Personen an, dann klick jetzt auf das rechte Bild und du gelangst direkt zu unserem Video, in dem wir dir erklären, wie du deinem Hund das Anspringen abgewöhnen kannst.